Hallo, mein Name ist Stefan Brandenburger, 34 Jahre alt und bin Serviceleiter bei der Firma WIGGARD hier in Landau. 2006, nach meiner Ausbildung zum Industriemechaniker, bin ich bei der Firma WIGGARD in die Hydraulikabteilung gegangen. Ich war anschließend im Field Service, das heißt Störungsbeseitigung beim Kunden tätig, habe eine Abendschule besucht, war anschließend in der hydraulischen Konstruktion und habe 2015 die Leitung vom Service übernommen. Was mir bei der Firma WIGGARD gut gefällt, ist, dass man sich auch abteilungsübergreifend hilft und unterstützt und auch in jungen Jahren bereits Verantwortung übernehmen kann und Aufstiegsmöglichkeiten aufgezeigt bekommt. Vielen Dank! Vielen Dank.